Moin, mein herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Rainbow Six Siege mit Bernie, mit iTouch und mit Kim. Hallo, hallo. Seid gegrüßt. Die Küche sind sie nicht. Ah, doch. Was? Mh, müssen sie. Ah ja. Aua. Oh, ich hab leider Feinidentifik, das ist ein krasser Scheiß. Uh, Punkte. 90. Soviel zum Thema Punkte, da fährt der raus. Es scannt noch mal was. Alter, es scannt immer nur einen. Ja, sorry, wenn da grad einer ist. Du musst halt wohl hinfahren, wo mehr sind. Ja, genau, da wo was los ist. Eben, ab zum Knotenpunkt hier, zur heißen Stelle. Ab! Oh, da ist einer draußen. Oh Gott. Wow! Zwei draußen. Alter, was ist denn hier raus? Habt ihr den jetzt? Holt ihr mich? Alter, tötet den. Jawohl, jetzt. Holt mich, holt mich. Ach, Gottes Willen. Was war das? Ja, ich seh jetzt nur einen. Komm mal zu mir rüber. Könnt ihr mich mal heilen? Ja, ja. Was hast du eigentlich für ein schickes Helmchen auf? Alter, Fein, ich mach grad die Kamera aus in dem Moment. Alter, aber dann sind die doch jetzt wieder drin, oder? Ja, also einer ist auf jeden Fall drinnen. Ja, einen hab ich ja niedergemetzelt. Gemetzelt. Ja klar. Nachdem Kim und ich gestorben sind. Ich guck auf die Kamera, einer zerschießt die Kamera. Auf einmal sterben sie alle. Das war die Kamera des Todes. Alle haben sich auf die Kamera konzentriert. Auf einmal von vorne. Das war Kamera übrigens direkt über dem Sony X-Devil da. Evil. X-Evil, Evil, Nevil. Wer sagt X-O-Devil hier, dies, das, jenes. Dabei steht Evil. Doktor. Ich glaub Alter hat irgendwas kaputt gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Die Kamera. Der Böen, die kommt von oben? Geh mal hoch. Da klippert aber irgendwas ganz schön laut. Ich wette, die sind irgendwann im Lerken. Ja. Kannst du erzählen, was du willst. Na ja, nachdem der eine Typ wegen gestörter rausgerannt kam. Deswegen, ich geh davon aus. Das ist so ne Methode, ganz ehrlich. Aber wie geil das aussah bei mir. Weißt du, ich hab so die Pistole in der Hand. Ich zieh in aller Ruhe auf diese Kamera da draußen. Drück ab. Sterb. Sehr geil. Weißt du, ich seh den Typen noch wie auf mich zugelegen. Er hat ihn entschärfer fallen gelassen. Ähm. Alright. Okay, das ist bitter. Ja, linke Seite. Nice. Und da war von der anderen Seite auch noch. Hinter dem. Ja, ein Tuschelbanger doch. Ja, ja, ja. Lassen wir. Äh. Na ja. Oh. Nice one. Nice one. Oh. Immer schön, weil die ohne Deckel gar nicht. Du schießt immer genau falsch. Hey, E-Touch. Du schießt immer genau falsch. Du schießt immer genau falsch. Das ist unfassbar. Er hätte einfach nur einmal durchziehen müssen. Er hätte dem schönen Header gedrückt. Unwahrscheinlich. Ja, doch. Da war ja nicht mehr viel. E-Touch übersetzt sich wieder selbst heute. Nee. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Naja, soweit ich's sehe, übertreff ich mich wirklich. Stimmt, du hast einen Kill. Ja, einen mehr als ihr. Ja, gut. Ich hab immerhin in die Kamera geballert. Ja, sehr schön. Wollen wir eigentlich dasselbe auch machen? Nein. Nein. Es geht schief. Wir könnten alle zu dritt rausrennen. Jaaaa. Und dann sterben wir alle. Zu dritt? Ich meine, wir werden zu flach. Ja, nein. Der Kim läuft ja dann gerne zurück. Jetzt wollen sie bei anders. Hab ich gehört, oder? Mach das Scheiß nicht mit. Ich mach das Scheiß nicht. Sag ich doch. Wir rennen jetzt zu dritt einfach raus und stellen fest, dass wir plötzlich in einer ganz anderen Karte... Ich seh noch ein, ein Fenster aufzumachen und ein C4 rauszuschmeißen. Okay, aber direkt rausrennts Born. Ja. Aber es war so geil, wie ich im Augenwege plötzlich die Typen da vorne rumrennen sehe. Und ich hab... Ich kann mich... Ich hab's doch so im Kopf so... Irgendwie hab ich das Gefühl, der gehört nicht zu uns. Drück ich aber noch ab. Mach die Kamera down. War eher so anti-geil. Au! Warum schießt du auf mich? Schussplatten einsetzen. Bönli. Boah, Alter! Ich hab nicht geschossen, Junge. Irgendwer hat auf mich geschossen. Ich glaub der Steamboy schießt, Alter. Irgendwie hat mich richtig da bei mir durch. Nein, komm. Wow! Fächt das? Irgendwer schießt, Junge. Der ist aber unten. Warte mal. Ne? Ich bin gar nicht oben gewesen. Kann er mich anbieten? Ja, mich auch. Ich stand eben, weil... Okay. Oder die anderen Cheaten, Alter. Ohne Witz. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich cheat hier auch gleich eine. Oh, jawoll! Keine Sorge mehr wegen der Granat. Was heißt jawoll? Ja, das ist selbstgefühl. Das ist noch nicht sehr stark. Gell? Das sehe ich aber auch so. Aber ich hab trotzdem ein ganzes Gefühl, was war das? Eine Drohne? Kann es sein, dass die Drohne irgendwie sehr nahe an meinem Fuß stand? Äh, wenn du der Jäger bist, ja. Ja. Komm schon durch. Äh... Hinter die Böen. Hinter dir. Hä? Und tschüss. Nice. Ist irgendwer über uns? Ja, unsere Räger. Glaub ich. Ja. Oh ja, ich. Cool. Das ist ein Sledge. Ja, Sledge. Cool. Das ist ein Sledge. Ich seh den Kim. Hallo Kim. Oh, das ist hell. Ein bisschen. Äh, super Nova Hell. Dadam dadam. Dadam dadam. Dadam dadam. Dadam dadam. Dadam dadam. 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 Du bist euch schon angehütet. Welch? Und nur noch ein Gange an durch. So, wer war das jetzt? Ich muss noch ein Örschöpsel rein. Der hat den Sledge. Oh, bei mir ist was aufgegangen. Da ist eine Kamera. Der ist ruhig. Der ist ruhig. Ohne oder was? Und die ist gefahren. Ich habe ihn gesehen. Der ist hier. Ich konnte nicht. Oh, Mann. Der ist hier. Wo ist hier? Ich hab grad gepinkt, aber irgendwie hat's nicht gemacht. Pass auf, Kim. Der Teamboy schießt. Der will dich abballauen. Pöni, der ist quasi rechts von dir. Ja. Pass auf, Kim. Der hat mein Abwehrsystem chillt. Kim ist gleich tot. Warum schießt der Steamboy auf mich? Was soll ich scheiße? Ich hab keine Ahnung. Aber du bist grad... Gleich tot. Ich schieß ihn gleich ey, wenn er so weitermacht. Das hast du jetzt nicht gesehen. Der ist... Der ist Freigabe... 97 Freigabe. Mhm. Wo? Hä? Wo kam der denn her? Nein, der Steamboy macht gleich Spaß. So. Ich hab einen Alen. Ah, rechts durch die Wand. Hinter dir durch die Wand. Wo ist der, dass ich da bin bitte? Keine Ahnung. Lass meinen Steamboy kicken. Dann haben wir das schon. Kicken. Hm. Ich kicken. Okay. Ich bin dabei. Ja. Und tschüss. Ich würde sagen jetzt... Oh, der Schießer war auch Verdacht durch die Wand, glaube ich. Na, zwei hat er erwischt. Kim, chill einfach, bis er rankommt. Hast du das zum Beispiel? Der hat keine Bombe, also chill, versteck dich. Der ist links von dir. Der, der, der setzt sich in die Fuß auf den Loch. Oh nein! Ich sag dir, er hat keinen Bombe, was machst du denn? Er hat doch geplaced. Ich hab's doch gehört, wie er es eingegeben hat. Ja. Siehst du? Er wollte grad blazen. Er hat dich gelockt, er hat dich gelockt damit. Nee, das glaub ich nicht. Der ist einfach abgebrochen und dann hat er mich gekillt. Der hat ja davor schon abgebrochen. Nee. Nee, nee. Der hat abgebrochen, nachdem sich Kim bewegt hat. Ja, aber er hat abgebrochen, bevor er durchgegangen ist. Nein, hat er nicht. Alter, ihr habt's doch grad gesehen. Nein, hat er nicht. Ich hab's ja live gesehen. Ja, in den Rücken geschossen. Ja, klar. Ich hab das gesehen. Hinter, in meinen Augen. Im Hintergrund. Oh Mann. Guck mal. Aber echt. So. Wen haben wir denn hier? Den Karl. Ja, der kann einiges. Der Glaxo ist nicht schlecht. Ja, jetzt geht's nochmal richtig dreschen. Mit dem Stüchen in die Schnauze. Boah, jetzt haben wir schon wieder wahrscheinlich den Spanion. Und dann gehen wir uns wieder da unten hin. Na ja, jetzt wissen wir's ja. Mhm. Also nicht direkt auf die Kamera gehen. Sondern erstmal auf die Fenster. Sie sind oben. Sie müssen oben sein. Ganz oben oder Bahnmuseum? Bahn ist frei, Bahn ist frei. Ja, sie sind ganz oben. Okay, wenn sie ganz oben sind, werden sie zumindest mal nicht rausrennen. Aber... Äh... Fenster. Hallo. Da fängt er schon an. Ich weiß es doch. Da fängt er schon ein Fenster an. Ich weiß es doch. Da fängt er schon ein Fenster an. Mach gut. Oh, scheiße. Ist einer unten, einer unten. Einer unten. Einer unten. Das gibt's ja gar nicht. Wieder zurückgegangen. Aber Tode. Irgendwann das Tode. Irgendwann das Tode, ja. Bei uns ist einer Tode, ja. Die sind direkt nach außen. Das ist unfassbar, die gibt es. Einer ist Mitte oben am Fenster. Traurig. Hast du gesehen. Hab ihn. Einen hab ich. Das war der Frost, der oben am Fenster war. Ne. Da waren es zwei. Einen hab ich auf jeden Fall mit dem Header gegeben. Das sind so richtige Hunde, Alter. So richtige Hunde. Ja, man kann's nicht anders sagen. Ja, das ist schon mächtig. Na ja, gut. Ja, aber das ist auch ne Strategie. Nein, das... Deswegen wollen sie es ja eigentlich patchen, weißt du. Dass wenn du raus gehst, dass du eigentlich auch direkt stirbst. Dass eben das nicht mehr gemacht wird. Okay. Ja, die feine englische ist das definitiv mal nicht. Ne. Ach, da oben ist auch einer. Oh ne, das nicht. So, können wir da oben ein Fenster offen? Ja. Wechselmagazine! Geht hier außen rum? Mhm. Komm mal mit euch mit. Fenster sind doch zu. So, ich dachte mal ein Stück Böhn auf der Seite. Nö, nö. Habt ihr die Kamera? Ja, ja. Ich führ's da jetzt einmal rein. Ich führ's da jetzt einmal rein. Ich führ's da jetzt einmal rein. Ja, ja. Das ist a great idea. Die Seite. Können doch noch von oben rein schließen, ne? Hm. Ja. Irgendwer hat grad was aufgesprengt. Was war ich? Du musst halt was besuchen. Hier ist gecastet. Ich hab einen gekelet. Einfach mal zum Gucken, ob da was ist. Böhn? Ja. Wer hat Feinkontakt? Da ist. Ich. Ich. Ich hab Feinkontakt. Wo? Mit dem Castle. Äh, ne. Mit dem Frost wahrscheinlich. Seht ihr? Hier ist einer. Hier ist auch einer. Mhm. Genau da wo du hinguckst, Kim. Da kamen eben Schüsse raus. Vogue? Ich hab mal von der anderen Seite ein bisschen Terror gemacht. Wir schaffen es wieder nicht, wenn wir nicht reinkommen. Wir kommen wieder nicht rein. Ich sag's euch. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht ganz am recht. Ja, wir müssen... Risiko. Oh, ficken. Wo kommt der denn jetzt plötzlich? Draußen. Wieso kommt die immer plötzlich raus? Vor allem von Ecken, wo die so nicht sein können. Oh mein, ey. Das ist doch scheiße ist das doch. Ja, schön. Ja. Wer ist neutralisiert? Ja. Oh, Mann ey. Das ist so ne richtig schöne Arschloch-Style-Taktik, ey. Das ist keine Taktik, Mann. Taktik ist es ja schon. Das ist einfach nur... Arschloch-Style. Ja, aber ich mein, du gibst halt wirklich direkt auf den Spawn. Das ist halt mehr als... Naja, trotzdem. Es waren ein paar schicke Kässe teilweise dabei. Auch von... Uns. Paar. Mit zwei. In dem Sinne, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und haben es euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Kommentieren. Genau, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die Taktik von denen findet. Auch so geil wie wir. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. May the fun be with you.